Drei Dinge, die wichtig sind. Wichtig Es ist wichtig, seine Gedanken und Gefühle auszudrücken. Es ist wichtig, seine Gedanken und Gefühle auszudrücken. Emotionale Offenheit fördert das eigene Wohlbefinden. Und verbessert die zwischenmenschlichen Beziehungen. Es ist wichtig, realistische Fristen für Projekte zu setzen. Es ist wichtig, realistische Fristen für Projekte zu setzen. Realistische Zeitpläne verhindern Überlastung und verbessern die Qualität der Arbeit. Es ist wichtig, soziale Kontakte zu pflegen, um ein starkes Netzwerk aufzubauen. Es ist wichtig, soziale Kontakte zu pflegen, um ein starkes Netzwerk aufzubauen. Es ist wichtig, soziale Kontakte zu pflegen, um ein starkes Netzwerk aufzubauen. Ein starkes soziales Netzwerk bietet emotionale Unterstützung und berufliche Chancen. Vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Als ich initspinale murte, um ein starkes Netzwerk aufPERfe handler, um ein Anglo-Ausgier-VTR-Aus. Jetzt ist es wichtig, ab Jones und K 1989 erreichen. Untertitelung des ZDF, 2020